Es gibt hier nicht nur Gerätschaften zu sehen. Hier gibt es auch Leute, mit denen man so ganz gut in Kontakt steht. Und einen von denen, wenn wir uns jetzt mal anschauen, den werdet ihr auch schon kennen aus anderen Videos von mir. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, hier gibt es nicht nur Technik zu sehen, hier gibt es natürlich auch Personen oder sowas wie Feuerwehr Willi, die man halt kennt aus dem Internet. Und es gibt auch welche, die sind auch bekannt und die kennt ihr auch aus meinem Video schon. Und zwar steht da hinten der Joachim. Da ist er wieder. Moin! Lang nicht mehr gesehen. Wir haben uns gestern schon kurz gesehen. Ich habe gesagt, halt Joachim, wir brechen mal kurz ab, wir sehen uns morgen. Ja. So, ihr wisst noch hier, der so aussieht, wie ich gerne würde. Aber du hast das Rezept ja verraten, habe ich gehört. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Weil wir hatten im letzten Video schon angekündigt, dass sobald ein Buch veröffentlicht ist. Ja, genau. Und das hast du jetzt schon getan, ne? Ich habe das im Internet ja schon gesagt, ich habe das veröffentlicht worden. Und ich habe natürlich ein Exemplar für meinen lieben Freund. Euer Willi. Ach, habt ihr schon geholt? Schon fertig gemacht. Gut. Also, die gebe ich dir auch gleich mal mit. Das sind das? Also, ein Exemplar. Weil, und das muss ich euch einfach... Moment, 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 Moment. Das ist ja auch keine Werbung. Das ist aber wirklich er. Und den kenne ich wirklich. Also, wenn ich mich jetzt so hinstellen würde, wenn ich jetzt so die ganzen Kleidung wegdenken würde... Also, die Frauen haben sich garantiert schon die Kleidung weggenommen. Ja, also, ich bin mir auch mal wenig bekleidet, mal viel bekleidet, mal ganz viel bekleidet, mal in voller Feuerwehrmontur. Und das ist auch der Schlüssel dieses Buches. Also, es ist eigentlich fit for fire, geschrieben für Feuerwehrleute. Es ist jetzt ein ganz toller Ratgeber geworden für jedermann, der gerne auch mit freien Gewichten trainiert und sich fit machen will. Und ich sage, es ist nicht nur fit for fire, fit for live. Okay. Ganz viele Trainingstipps, ein bisschen locker erzählt, so wie wir hier quatschen, ne? Und ich hoffe, ihr findet den Weg dahin, euch fit for fire zu machen. Aber, das Exemplar, das habe ich mal besser gemacht, finde ich, ne? Ja, ich weiß. Ist jetzt speziell für dich. Ich habe mal eine kleine Widmung reingeschrieben. Ui. Posi. Ja. Das lag mir wirklich am Herzen. Wir kennen uns ja noch nicht lange. Und ich habe dich bei diesem Schlauchmanagement kennengelernt. Genau, Schlauchmanagement-Video. Das war jetzt die Auflösung noch dafür. Wurde ich kennen. Genau, genau. Also, gibt es hier auch Seven2Go. Ein geräteloses Workout. Natürlich alles sehr Feuerwehraffin. Also, da haben wir uns kennengelernt. Und ich fand, dass du einen wirklichen mega geilen Job machst mit deiner Aufklärungsarbeit, mit deiner Informationskampagne, so würde ich es mal nennen. Ein Themen querbeet zum Thema Feuerwehr. Vor allen Dingen sehr mundgerecht erzählt. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe es in dieser Art so ein bisschen, weil ich ähnlich ticke. Wir haben uns auch schnell in der Welle gefunden. Ja, aber schnell gemerkt, dass es passt. Und das Angebot und deine Einlösung des Trainings steht nach wie vor. Also, du einmal zu mir komm. Ich würde gerne dein wirklich objektives Urteil haben. Was hältst du von der ganzen Geschichte? Hier schon mal ein Exemplar für dich zum Mitnehmen, zum Nachlesen. Dankeschön. Nicht nur das Kopfkissen legen, auch lesen und nachmachen. Viel Spaß dabei. Danke, war ganz toll. Ich habe auch eine Kleinigkeit für dich mit. Ja. Also, Freunde beschenken sich halt. Ja, sehr gut, sehr gut. Du hast hier auch von mir, ich kann es dir mal kurz mal zeigen, auch eine ganz kleine Widmung. Ist aber, ich bin halt ein ehrlicher, direkter Typ. Ganz kurz. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja. Und eine kleine Widigtasse. Und zur Kampagne. Ich kann dir das kurz mal rausziehen. Ich habe ja diese Kampagne Respektlos. Das ist einfach, also diese Kampagne Respekt, ihr kennt sie wahrscheinlich. Natürlich ist ja auch noch mal ein kleiner Gruß drauf, weil die Respektlos-Kampagne Respekt geht immer an beide Seiten. Ich muss den anderen respektvoll gegenüber treten, dann kriege ich es auch zurück meistens. Das ist aber nur so ein kleiner Gruß, weil ich es einfach am Stand dabei habe. Aber das ist ja echt der Hammer. Aber das passt auch wieder in meine Schiene. Deswegen, ich merke immer, wir haben immer mehr Schnittpunkte. Du hast eine mega geile Aufklärungs- und Informationskampagne. Immer mehr Schnittpunkte. Also Respekt, das ist auch ein großes Thema bei unseren Feuerwehrwettkämpfen. Das ist ja auch mal eine große Leidenschaft. Meine Passion, so wie ich es in dem Buch nenne, neben meinem eigentlichen Feuerwehrjob. Da geht es auch um Respekt und Anerkennung der ganzen Teilnehmer untereinander. Und jeder, der dann mal auf den Wettkampf kommt, spürt das auch sehr schnell. Da geht es nicht nur darum, die Bestleistung zu erzielen. Jeder, der daran teilnimmt, kriegt den gleichen Respekt. Der letzte Platz wird auch gefeiert, ne? Ja, es ist wirklich so. Und ich habe den gleichen Respekt. Guck mal, ich trainiere Minimum fünfmal die Woche dafür. Und wenn jemand wirklich aus Zeitgründen und auch vielleicht einen langen ganzen anderen körperlichen Anlager dahin kommt und nur einmal die Woche trainiert, aber die gleiche Aufgabe erfüllt. Auch wenn der, egal, wenn der doppelt so lang braucht, ich habe den gleichen Respekt davor. Weil der hat sich genauso gequält wie ich, weil jeder in seinem Bereich sich irgendwie doch quälen muss, um das Ding sauber nach Hause zu bringen. Also auch da Respekt für jedermann. Ja, genau. Und ich sage mal Respekt, ne? Auch wenn man andere kritisiert, wenn man den Finger auf jemand anders zeigt, sage ich immer ganz gerne, da zeigen drei immer zurück zu einem selber, ne? Also vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, ja, stimmt. Okay. Und du machst hier ganz kurz? Ich versuche ja möglichst wenig Werbung zu machen, aber auf einer Messe ist das immer schwierig. Also dafür ganz tollen Dank. Ich bin echt sprachlos. Ja, sehr gern. Liesest du durch. Ich bin auch auf dein Urteil gespannt und würde mich freuen, wenn auch viele halt einfach diesen Ratgeber für sich nutzen, um sich fitter zu machen und mal über den Tellerrand zu schauen. Ja, also ich finde es, was ich schon mal auf den ersten Blick schön finde, ist, du hast auch viele Bilder drin. Guckt euch den mal an. Junge, 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 Junge. Eine sehr große Bildersprache, weil ich sage immer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Warum ich eigentlich hier bin? Also du sagst keine Werbung. Ich will auch gar nicht viel darüber philosophieren, aber der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau sollte sich vielleicht auch mal bei dem nächsten Anlassanzug generell mal zum Thema Anlassanzug Sicherheit im Anlassanzug etc. beschäftigen. Es gibt halt verschiedene Arten von Oberstoffen. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Das Sandfarbene ist nicht nur sandfarben, weil es eine schöne Farbe ist. Das ist tatsächlich die Naturfarbe dieser Faser, dieses Oberstoffes. Nennt sich PBI. Wir kennen noch Nomax, wir kennen das Blaue. Das ist eigentlich das klassische Ding. Das trägst du auch. Damit sind wir groß geworden. Aber der Markt ist unendlich groß geworden. PBI ist auch schon lange auf dem Markt. Und es ist eine ganz andere Art von Oberstoff. Meiner Meinung nach mit einer ganz anderen Art von Qualität. Aber dieses Urteil sollte man sich halt einfach machen. Hier ist so ein kleines Gimmick. So nenne ich es mal. Beides im Thermoment mit Feuer beaufschlagt worden. Alles nach einer fest definierten Zeit. Und ich nenne jetzt hier auch gar keine Namen. Jetzt fasst das mal an, knete es mal durch. Das ist diese Art von Oberstoff. Ja, total weit. Ganz normal. Unverändert. Oh. Klick es mal wirklich durch. Ja, du darfst es durchklicken. Es darf. Genau. Genau. Jetzt rühren wir es mal wieder auseinander. Naja. Da braucht man nicht über Schutz reden. Das ist kein Fake. Da gibt es auch nachhaltige Studien drüber. Und Tests, die auch im Internet abrufbar sind. Also das passiert mit einer Art von Oberstoffen. Und das ist die Qualität, die dieser Oberstoff einfach gewährleistet. Und Joachim ist nicht nur ein Sportler, er ist auch in der Berufsfeuerwehr. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Also ich behaupte mal ein bisschen, dass du auch aus der Materie kommst. Kann man mal so sagen. Und ja. Es ist auch bei uns ganz heiß in der Diskussion, was wird jetzt die nächste Art des Oberstoffes. Also es lohnt sich da auch speziell dafür, Arbeitskreise zu bilden, sich intensiv damit auseinandersetzen. Vor- und Nachteile für und wieder eines Oberstoffes, eines kompletten Aufbaus eines Einsatzanzuges. Und das ist ja krass. Ja. Es ist unsere Sicherheit. Ich sage mal flaps gesagt. Es ist so unser Arsch, der dann vielleicht brennt, wenn wir im Feuer sind. Ja. Und da lohnt es sich darüber mal intensiver Gedanken zu machen. Danke dir. Das ist echt interessant. Ja. Das ist für dich zum Mitnehmen. Danke dir. Joachim. Ich gucke weiter. Schönen Dank. Schöner Stand. Und ja. Vielen Dank für die ganze Information. Ja. Super. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Los geht's. So. Auf der Messe gibt es nicht nur interessante Sachen von Technik. Es gibt auch interessante Menschen. Und viele von euch werden ihn auch kennen. Und zwar hole ich jetzt mal an meiner Seite. Ihr könnt schon mal drüber nachdenken. Wer könnte das jetzt sein? Wer treibt sich hier bei Feuerwehrtechnik und Rettungsdienst hier so rum? Na klar. Warte. Ich hole mal zu mir kurz. Hier kommt er. Scotty ist hier bei mir. Ja, hi. Grüß dich. Grüß dich. Warte mal schauen. Soll ich jetzt Feuerwehr Willi sagen oder soll ich André? Feuerwehr Willi, ne? Ich mache Feuerwehr Willi. Ja, der ist ja... Herr Scotty, sagen Sie ruhig Willi zu mir. Nein. Also Scotty, muss ich sagen, ihr könnt das nicht wissen. Ich kenne ihn privat. Wir haben ihm schon mal ein bisschen geschnackt. Er ist auch wirklich sehr sympathisch. Viel sympathischer als ich gedacht habe. Ich glaube, das war eine gegenseitige Erfahrung gerade. Ja, ja. Wir haben gut geklönt. Das hat echt Spaß gemacht. Das finde ich auch geil, die T-Shirts. Scotty ist Maschinisten-Channel. Lende ich euch unten mal den Link ein. Im Text. Du bist auch hier und du? Was machst du hier heute? Du guckst? Ja, ich bin heute Morgen losgefahren. 4 Uhr hat der Wecker gestellt. Und sind wir hier hingefahren. Dreieinhalb Stunden ungefähr. Sind super durchgekommen. War noch früh genug da. Da war glücklich reinkommen. Und letztes Jahr habe ich ja auch selber noch Videos gedreht. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Habe ich mir gedrückt? Ja. Das könnte man übrigens viel öfter machen. Ja. Von mir ist es ein Daumen auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich halt hingegangen. Ich habe gesagt, ich gucke es heute. Einfach mal gucken, quatschen, Leute kennenlernen. Und ja, halt einfach mal ohne irgendwas zu drehen, ohne was zu filmen. Und einfach mal entspannt hier so ein bisschen über die Messe geht. Genau. Also wir haben auch ganz toll schon ein bisschen ein Fachgesibbelt. Und darüber unsere beiden Geschichten jetzt im Internet mal so ein bisschen erzählt. Sehr ähnliche Geschichten. Super. Du musst auch wirklich sagen. Also ich sage mal, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Gerade so als Feuerwehr. Feuerwehr ist ja für mich und auch für dich eine große Familie. Und dann ist es halt eigentlich auch egal, ob das jetzt Berufsfeuerwehr ist oder freiwillige Feuerwehr ist. Ich sehe die Feuerwehr einfach nur als große Familie. Und es gibt zwischen uns keine Konkurrenz. Also ich finde jetzt… Nein, 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 nein. Jedenfalls finde ich. Nein. Es ist ja sogar im Wahnsinn. Im Wahnsinn ist er ja BF. Ja, genau. Berufsfeuerwehr. Berufsfeuerwehr. Ich bin ja nur kleiner Mogel von der FF. Aber die Zahlen, die du eben hattest, das war interessant. Ja, genau. Also ich sage mal, ob jetzt freiwillige oder Berufsfeuerwehr, ich sage mal, die Zahlen sind ganz interessant. In Deutschland gibt es 60.000 Berufsfeuerwehrleute und 1.040.000 freiwillige Feuerwehrleute. Und 80 Prozent von der Fläche in Deutschland wird durch die freiwillige Feuerwehr im Brandschutz abgedeckt. Also ich sage mal, da braucht man jetzt nicht viel sagen. Da sieht man halt einfach die Wichtigkeit. Also leg dich nicht mit. Ja. Da sieht man die Wichtigkeit, freiwillige Feuerwehr. Einfach ganz… Ja, nicht so. Ich habe dieses Konkurrenzengen einfach noch nicht. Genau. Das ist schön, dass es jemand sagt, der in der höheren Position ist, sage ich mal. Wenn er das auch zu uns wirklich… Aber du bist auch Hauptmeister oder wie nennt man das bei euch? Achso, Brandmeister. Ich bin Brandmeister, aber du bist doch… Ich auch. Ich bin auch. Guck mal hier. Also feige Position. Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen anders. Ausbaumeister von der Grundausstattungswehr ist bei uns. Vom Dienstgrad das höchste, was geht, ist halt Brandmeister. Also klar. Bisschen anders wie Bundesländer. Egal. Aber jedenfalls… Feuerwehr ist Feuerwehr. Feuerwehr. Also ja, und ich finde es rein Feuerwehrtechnisch haben wir keine Konkurrenz. Und videomäßig auch nicht. Deshalb würde ich mich auch freuen, wer ihn noch nicht kennt. An der Stelle, ich gehe jetzt auch gleich weiter durch die Messe. Nur, das wollte ich unbedingt loswerden. Besucht Scotty auch nochmal. Und bei mir könnt ihr auch bleiben. Ist keine Konkurrenz. Ja. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Scotty. Wir werden uns noch mal sehen. To touch. Mach's gut. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss. Mal sehen wir ganz viel Taschen. Und natürlich auch, das Bestgelungste finde ich ja immer noch, den Feuerwehr-Wemblee. Und auch wenn meine Fans hier zu Besuch kommen, dass ich mal einen kleinen Gruß von mir greifen kann. So, okay. Oh Mensch, wen haben wir denn da? Blaulicht-Kanal. Da schwenken wir jetzt live mal rüber zur Konkurrenz. Hi, grüß dich. Moin. Ich würde uns eher als Mitstreiter bezeichnen, nicht als Konkurrenz. Nein, alles gut. Moin. Hi. Schön, dich zu treffen. Wir lassen ruhig laufen, wenn das okay ist für euch. Ja, ja. Ja, klar. Wir haben auch. Ja, Mensch. Und ihr macht hier auch, weiß ich. Schön. Ja, wir dachten, wir machen das gleiche wie du. Ja, ist doch cool. Ja, wir haben jetzt erst die fünfte Halle oder so. Also wir kommen gar nicht von. Ich habe gerade angefangen. Das war mein erstes. Ich habe nur ein, zwei Live-Videos gemacht. Und ja. Ja, nice. Hast du Empfang hier? Das ist der Problem, dass ich erst ein, zwei Live-Videos habe. Keine Empfang. Bei uns geht nichts. Das ist schwierig. Ja, ja. Zwischendurch habe ich es auch nicht. Vorne ging es ein bisschen draußen. Ja. Ja, wir haben ja schon auch länger deine Videos auch gesehen. Also wir hatten schon angefangen, unsere Videos zu produzieren. Und als wir dann irgendwann mal ein Video von uns anguckt haben, wurde uns ein Video von dir vorgeschlagen. Und dann haben wir, dadurch kamen wir auf deinen Kanal. Ja, ist doch schön. Ja. Und dachten wir ja, geil. Also, wir sind hier Mitstreiter. Blaulicht-Kanal. Hier sieht man es auch nochmal. Kann man auch ruhig mal anklicken. Wir sind ja eine große Familie, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir kämpfen alle für die selbe Sache. Und wir haben auch nicht gedacht, dass wir gerne mal was zusammen machen könnten. Ja. Okay, das ist auf Video jetzt festgehalten, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. Okay. Super. Wir sind da für alles zu haben. Ja, schön. Wo kommst du denn eigentlich her? Hannover. Ich glaube, jetzt machen wir mal lieber die Kamera aus. Nein, aber lassen wir... Ich würde mal sagen, wir reden kurz weiter, machen wir kurz mal einen Schnitt. Und wir gucken gleich weiter im Film, okay? Super. Nice. Komm aus. Okay. Bör스파. Sohn tight. Woll, komm dich runter. Und wer jetzt nicht mehr in die Workspartiere will mal was! anoig скаж Gott. Vielen Dank.